Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Peatsmeet TV. Heute mit allen aus dem Team Peatsmeet und wir schauen uns an I have ascended in Klammern Gamefales 308. Letztes Mal, dass wir Gamefales geguckt haben, kam gut an und ich hoffe, das geht auch so weiter. Ist ja auch lustig, weil er ascended nicht, dass er besser geworden ist. Ja, der ist in den Himmel auferstiegen, hätte ich jetzt so gedacht. Ja, voll geil. Ja, wir gönnen uns mal. Boah, erst mal richtig krass im Frame-Wert, Junge. So, was? So, was? Geil. Der hat fast so viel Gefängnis, Junge. Ja, kann man schauen. Vielleicht nimmt er die Betonwand. Ich habe irgendwann... Ist das alles... Oh mein Gott. Hey! Das ist Inception. Oh, ich bin wieder tot. Ich bin auch schon mal. Wieso kommt er schon wieder? Let's go. Was war das denn? What the fuck? Der hat ein Passant gerade ins Händkraut gebracht. Wee! Alter, das ist... Oh, das war... Das ist retro. Das ist ein geiles Spiel gewesen. Woran erkennt ihr so schnell, dass das San Andreas ist? Rechts. Ach so, an der Schriftart und rechts. Äh, da unten steht... Da unten rechts steht Grand Seft Auto San Andreas. Ach so. Und? An dem Geld sieht man halt, an der Schriftart. Okay. Ja, das auch und meinetwegen an der schon direkt ländlichen Umgebung. Ich glaube, San Andreas war eines der Ersten, was eine wirklich ländliche Umgebung hat. Das stimmt, GTA 3 hat und Vice City weiß ich nicht mehr. Aber GTA 3 hat auf keinen Fall. Ja, das war eher schon klar, aber City war auch statt. Ja. What? Ey, dafür, dass das Spiel so alt ist, sieht das grafisch immer noch so scheiße aus. Ich fand das auch okay gerade, aber ich glaube, das war auch gemoddet. Oh, Sacki, Junge! Oh, cool, komm, wir waren. Oh no, Hamilton ist auch am Sack. Und Max! Okay, das ist, das ist nice. Stark. Da war die kurzen Rennanzüge an und da läuft gerade ein Keyframe drüber. Ja. What the fuck? Alter. Was ist denn Rennersonstruhe? Fuck. Alter. Was ist das denn? Okay. Monkeys auf Schaulinenfälle. Macht der das absichtlich gerade oder? Ich glaube, der bewegt die Komponente. Ich glaube, du läufst mal, der am Spielen. Hä? Der war eigentlich mit Jackson unterwegs, oder was? Das ist eben ein geiler Mut. Stylisch. Ja. Vor allen Dingen so, ob die Arme dabei sind. Boah, wie schnell der wird. Oh, was tickt? Guck mal, die Leiste. Alter. Der macht Punkte. Alter, wie schnell der wird. Der macht Punkte. Leih, eine Geschwindigkeit. Nein! Wow! Ja! Das ist ne andere Dimension! Moment kurz pausieren. Ich glaub mein Fernseher kommt gerade. Und weiter gehts. Ey das ist Monaco! Boah krass Christian! Richtig ungewetzelt. WTF? Typischer Ferrari-Bucks. Das ist ein Teamkollege. Alter was ist das? Hä? Was ist denn neu? Die Skyline. So ein Fehler hatte ich aber auch schon mal. Oh mein Gott das sieht so gut aus. Das sieht doch nicht so gut aus. Nein. Das ist ne tiefe Schlucht. Es gibt echt schöne Fehler ne. Alter. Wie geil der auch am wehlen ist. Was ist hier durch die Wolken? Was? Der ist ganz nach oben teleportiert worden. Der ist ganz nach oben teleportiert worden. Ach lol der ist gar nicht durch die Welt gefallen. Der ist einfach nach oben teleportiert worden. Okay. Krass. Oh ja das ist auch ein guter. Was? Ja das passt. Genau. Das hast du auch wenn du die Schildkröten köpst. Da fliegen die auch durch die Gegend. Oh mein Gott. Das ist einfach Torjubel. Ich glaube das kann in die Abfahrt aber schon mal so passieren eigentlich. Ja. Schon ein bisschen Depri. Alter. Ja man. Bausimulator 3. Boah die Ampel. Welchen haben wir denn damals gespielt? Boah. Ich glaube wir müssen mal wieder was bauen wenn ich wieder da was habgucke. Ich glaube wir müssen mal wieder was bauen wenn ich wieder was habgucke. Ich glaube wir müssen mal wieder das hervorheben. Nein. Easy. Ne doch nicht. Jetzt sofort. Und noch dem Wunsch geraben. Boah das ist farg. Krass. Okay wir stehen wieder. Sehr gut. Oh mein Gott. Alter, das ist aus Austin Powers, das ist so. Alter. Das ist so ein Ausbau, ne. Halfway there. Oh, der erste. Alter, der ist alter. Was macht er denn jetzt? Auf den Fuß. Sehr gut. Okay, das ist cool. Ich glaube, der ist nicht so einfach, den da drauf zu kriegen. Ja, wahrscheinlich. Nein. Fangen ihn aus der Luft. Guck mal. Geh dir alles weiter. Der Bram jetzt den Standbild kriegt. Ja, what the fuck. Alter, what the fuck. Enormous situation. Ach komm, das ist der leichteste Boss überhaupt. Ich glaube, der ist echt leicht. Ich glaube, der geht um Schwierigkeiten. Alter. So ist er aber nicht so einfach. Bugs in Dark Souls habe ich gar nicht so häufig gefunden, tatsächlich. Du musst dich schuldigen. Vielleicht, BID. Vielleicht, du hast sechs Monate gemacht. Vielleicht, du warst in vier Jahren. Vielleicht, du warst in vier Jahren. Der Schild hat voll. Das sind die Kinder. Das ist, warum du nicht die Menschen verraten. Das sind die Menschen. Das sind die Menschen. Boi. Oh, tot. Lie. I got me. What the fuck. Nice. Ja, der Geist ist. I'll check your booty. Oh, was? Oh, guck mal. Es hat geklingelt. Ich habe da so eine Theorie, was das sein könnte. Weiter geht's. Ähm. Ich musste gerade erstmal überlegen, was der da macht. Ja, das sind aber drei. Nicht nur eine Sniper, sondern auch eine Karte. Gib mir ein Herz mit dich. Warum ist Assassin's Creed war heller so häufig dabei? Jemals viele Bugs hatte. Weil die Re-Soft-Zugnüsse. Was? Komm mal auf. What the fuck. What the fuck. Nice. Oh, zack. Glabe. Alter. Mach's mir vor, wär's aber auch gut immer dabei. Gibt's jeder Chance. What? Alter, wie so ein Clowns-Auto. Alter, Red Hat ist aber auch häufig. Ja und Balls-Spiele sind ohne Bugs fast nicht möglich. Warte, hat er ein Cuckst. Warte, hat er ein Cuckst? LOOOOOOL. Holy shit. Peter's Fall. Schou. Easy überlebt. Eigentlich wüsste ich da mal ein Rennen fahren mit den Quads. Von A nach B. Und wer halt ankommt, setzt die Quads hin. Ja. Das hab ich ja noch nie gespielt, muss ich sagen, ne? Das ist ja akadisch, ne? Boss-Skriptum, das soll auch quasi sehr krass sein. Das ist halt dein Spiel. Das ist ein sehr realistisches Spiel, wolltest du gerade sagen, Christian. Auch geil, wenn man so einen Button hat auf dem Rollstück Reset Vehicle, weißt du? Ja, das kann schon mal passieren. Es geht mit diesem Pferd. What the fuck? Wann ist da gerade mit? What the fuck? Das hab ich durchgespielt. Ja, aber... Haben sie ja zusammen durchgespielt. Ja, das stimmt. Aber die Masterchef... Die Waffe sieht crazy aus. Das ist doch krass. Schade. Die mal die Zielsuche schießen. Ja. Das ist einfach der Zombie-Modus. What the fuck? Alter. Ja, das sind ja immer neue. Das ist ja ein ganz neues Video. Das ist ja so. Das ist ja so. Das ist ja so. Das war schön. Ja, das war wirklich gut. Das war wirklich schön. Okay, what the fuck. Ich hoffe, das seht ihr auch so, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. So. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Tschüss. Ciao. Ciao.